Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cook Lessons Berlin Kochen mit Tom. Ihr sucht noch ein leckeres Plätzchen Rezept oder Cookie Rezept, dann habe ich was für euch. Kurabides, leckere griechische Plätzchen oder Kekse, schnell gemacht und super lecker, ganz einfach in der Zubereitung und schaut euch das Video bis zum Ende an. Ansonsten kann ich euch noch sagen, ich bin im nächsten Jahr natürlich weiter für euch da, vielleicht kommt auch noch ein Video vor Silvester, aber ich wünsche euch jetzt schon mal ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, das nächste Jahr wird um einiges besser als dieses Jahr. Also ganz, ganz liebe Grüße, euer Tom. Hallo bei Cook Lessons Berlin Kochen lernen mit Tom. Heute gibt es leckere Cookies, genau das Richtige zum vierten Advent, See oder Kaffee, die leckeren griechischen Weihnachtscookies Kurabides, schmecken aber auch sonst sehr lecker. mai? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020